Arkansas Arkansas, KNS Arkansas, ist ein Bundesstaat im Süden der USA. Der Name ist französischen Ursprungs und die Aussprache wurde 1881 per Gesetz geregelt. Demzufolge ist die Aussprache Arkansas falsch und kurioserweise sogar illegal, wenngleich wohl kein Besucher deswegen eingesperrt wird. Der Bundesstaat trägt den beinamenden Naturalstate, den er seiner großartigen Natur verdankt. Die Ostgrenze bildet hauptsächlich der Mississippi, der Arkansas von Tennessee und Mississippi trennt. Im Süden grenzt Arkansas an Louisiana, im Südwesten an Texas, im Westen an Oklahoma und im Norden an Missouri. Arkansas ist der einzige Ort der USA mit natürlichen Diamantenvorkommen. Regionen der östliche Teil von Arkansas wird von den fruchtbaren Flussniederungen des Mississippi und der rechten Nebenflüsse wie dem Arkansas River geprägt. Nach Westen wird es bergiger, mit den Mittelgebirgen der Boston Mountains im Nordwesten und den Oachita Mountains im Südwesten, die vom Arkansas River getrennt werden. Orte die Hauptstadt und einwohnerreichste Stadt des Bundesstaates im äußersten Nordwesten des Bundesstaates. Bekannt als Gründungsort der Supermarktkette Wohlmart im äußersten Nordwesten des Bundesstaates. Bekannt als Gründungsort der Supermarktkette Wohlmart im äußersten Nordwesten des Bundesstaates. Bekannt als Gründungsort der Supermarktkette Wohlmart. Sprache Englisch mit einem teilweise kernigendes unverständlichen Südstaatendialekt. Mit dem Flugzeug größter Flughafen im Bundesstaat ist der, im Bundesstaat zentral gelegene Flughafen in Little Rock. Ein weiterer kleiner Flughafen ist der, er liegt im Nordwesten bei Bantenwil. Außerhalb des Bundesstaates, aber für die Anreise interessant sein können für einige östliche Landesteile oder, Oklahoma, für den Nordwesten. Mit dem Auto Interstate von Fort Worth über Dallas nach Texarkana und Little Rock von Emerilu über Oklahoma City nach Fort Smith und Little Rock und weiter nach Memphis und Nashville. Sehenswürdigkeiten Mountain View kann man getrost als die Hauptstadt der traditionellen Country-Music betrachten. Wer diese Art von Musik liebt, ist hier gut aufgehoben. Vom Frühjahr bis zum Herbst spielen Musiker an den Freitagen und Samstagen bis spät in die Nacht auf öffentlichen Plätzen Blue Grace Old Time und Gospel Music. Sie spielen aus Spaß an der Freude und völlig unentgeltlich. Die Künstler kommen oft von weit her, um sich mit Kollegen zu treffen. Alles ist sehr ungezwungen und familiär. Der Ort ist alkoholfrei. Am Sonntagabend ist die Bahn vom verstorbenen Jimmy Driftwood zu empfehlen. Amateur-Musiker, die oft besser sind als Profis, bieten ein kostenloses Programm, Trinkgelder sind willkommen, das über zwei Stunden dauert. Von Mittwoch bis Samstag finden im schönen Theater des Osak-Fox Center Veranstaltungen statt. Die Eintrittspreise sind sehr moderat, ca. 10 bis 12 US-Dollar. In der Nähe von Mountain View sind die Blanchard Springs Caverns ein lohnendes Ausflugsziel. Die Tropfsteinhöhlen zählen zu den schönsten von Amerika. In der es wurde ein Johnny Cash Museum mit dem renovierten Haus seiner Kindheit eröffnet. In Bentonville ist der erste Laden der Walmart-Kette zu besichtigen. Der Eintritt in das Museum des 5 bis 10, Cents, Ladens ist kostenfrei und interessant. Hot Springs ist als Stadt zugleich ein Nationalpark. Die heißen Quellen kann man als Kurbad bezeichnen. Eureka Springs ist eine auf Tourismus ausgerichtete Stadt mit einigen Heilquellen. Die Wälder und Seen bieten vielfältige Abwechslung. Fast der gesamte Ortskern ist im National Register of Historic Places eingetragen. Pine Bluff Nachtleben siehe oben unter Empty View Sicherheit Akenso liegt etwa im Durchschnitt der USA, was Kriminalität angeht. Das bedeutet insbesondere in den Städten eine gewisse Vorsicht und kein offenes Tragen von Wertsachen. Im Sommer können Unwetter bis hin zu Tornados eine Gefahr darstellen. Entsprechende Sicherheitshinweise vor Ort haben durchaus ihren Sinn. Klima Die Sommer sind subtropisch schwül und heiß, die Winter kühl, Frost ist möglich. Die besten Reisezeiten sind daher März bis Mai und September bis November, wer nicht so auf 35 Grad Celsius plus steht. Im Sommer können auch Tornados auftreten und zur Gefahr werden. Die Sommer sind so auf 35 Grad Celsius.